Ich muss kalte Beeren, ich muss kalte Beeren. Die ist irgendwie aufgebucht worden. Und unser, ich brauche schwarze Beeren. Oder Nachutiger. Ich habe Nachutiger. Ich glaube, ich sperre dich irgendwo ein. Mit einem Schuss direkt 200 geschafft. Ich hab die Pillars. Ich bin gespannt, ob du weißt, wo du dann bist. Ist hier ein Garnschiss, oder was ist damit? Was ist das? So, zu ist. 6, ich habe die Pillars. Oh, sehr gut. Können wir dann gleich anfangen. Ich wollte noch den Hangar fertig machen. Dann bist du mir noch zwei Wettbewerb drauf. Ja, sag mal was ich dauernd rausst, Kali. zwei wände raus ich habe keinen pfeil im bogen ich bin das nicht jemand macht die agd auf dich ja kann sein wer schießt denn da auf mich alt ihr seid so behindert ich bin schon wieder ich rutsche hier runter ich bin gleich tot ich spüre es euch wenn ich jetzt sterbe wo wer war das jetzt hier los das mobbing ich werde hier gemobbt einfach aus prinzip du hast auch ein pfeil in der hand war bestimmt hier kriegst auch noch einer wo ist der andere penner bonsai du warst es hier ihr seid so kacke hier wolle kriegt auch noch einen rein treff natürlich nicht wo ist der ich würde nie auf hübsche frauen schießen nichts gemacht wo 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 au und ich treff nich bleib doch mal stehen ob sorry mit viel von jedem ausgenockt ich habe auch noch einen Pfeil, wartet mal ich habe nämlich auch noch einen Narkotik-Pfeil versuche ich mal mein Glück bei jemandem es ist doch so ein Getränk da oder Less deadly than other arrows but rapidly increase respect to topity also ich denke mal dass das der ist da ah ok wie kann ich den jetzt benutzen so ah so du kleiner Pisser hab ich getroffen? scheiße ich habe mich getroffen schade hoffentlich habe ich jetzt nicht den falschen erwischt na geh runter schon das zweite Mal war ich jetzt an Kansch das die elenden schau mal ob du hier nur fliegen kannst bitte nein ich habe dich getroffen so nein 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 friendly 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 don't shoot don't shoot wir müssen sie wieder narkotisieren don't shoot friendly da ich bin doch hier oben scheiße legs Mann Mann Oh Waaah Jawoll Im Sprung getroffen oder was? Ja Ne ist nicht dein Ernst ne Alter ihr seid doch so bescheuert ey ich geh jetzt holzfarmen tschüss Frechheit es ist schon spät bei mir zum Zeitpunkt jetzt und ich hatte irgendwie die Idee ich habe auch dieses Verlangen einfach mal da runter zu springen wirst du einfach mal just for fun in den Abgrund Wo ist 6? Ah da will ich nicht zugucken das Ding ist aber ist mir gerade aufgefallen wenn ich jetzt hier runter springe meine schön sortierten Dinos die werden wahrscheinlich dann alle auf meine Leiche stürzen und dann ist alles wieder Kuddelmuddel da unten dann kann ich wieder von vorne anfangen zum dritten oder vierten Mal die äh die Viecher zu sortieren deswegen überlege ich hier runter zu springen aber da haben wir auch Dinos aber nicht so viele wie wenn wir da unten wie wenn ich da runter springe aber da unten ist es tiefer und verlockender ich glaube ich werde tatsächlich erstmal hier runter springen wie behindert eigentlich wie behindert eigentlich warte komm raus warte komm raus willst du auch springen was denn geht nicht hier liegt noch der Lutz hier liegt noch der Lutz weißt du jetzt warum ich sterbe jetzt ja trotzdem warum ich habe ich habe ich habe ich mache nämlich noch was was hat er vor was hat er vor nicht richtig richtig mit romantischen kerzen und sowas ich weiß aber wenn wir jetzt da runter bei den die Dinos springen ne oder unten ist ein Spinosaurus eher darüber eher darüber oder ja weil ich will nicht dass die Dinos wieder alle durch ne da ist der T-Rex auch schlecht ja eben müssen wir doch hier runter springen Richtung aber das ist nicht so tief macht es keinen Spaß ne 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 glaub ich nicht ich werde es überleben ja du ich kann wenn ich von der Leiter runter falle oder wenn ich von dem Haus unten von meinem Haus runter springe ins Gehege überlebe ich es mit 30 AP ok da gab es Hilfen pui ich weiß nicht das gibt ein Kuddelmuddel wenn wir jetzt da runter springen ja hm ach komm dann fang ich halt morgen nochmal an oder ah komm scheiß auf die Dinos ey ich will es einmal ausprobieren machste kommst du mit ich überlege gerade ob ich das aufnehmen ich nehme auf so der übliche Blödsinn bei uns ja apropos aufnehmen ich habe heute Mittag oder beziehungsweise vorhin eure Vergewaltigung mit aufgenommen mit meinen mit den Narkodingern mit den Narkopfallen schnibbel schnibbel ich auch noch schön zusammen du hast es verdient gehabt du hast mich du haust mich hier wieder jetzt versuch es schon wieder au au ja komm wir spring jetzt einfach hier runter scheiß drauf ich sammel dann sortiere ich die Dinos morgen nochmal das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein okay 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 ich spring jetzt will jemand sehen wie ich runterspring oh nein ich habe es nicht gesehen oh wiii Geronimo ich habe mich weggekommen haha ha 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 what the fuck oh wie die Dinos auf uns drauf springen alter ok oh das war es wert Vielen Dank.